Hallöchen, ihr war Nausen da draus und da war ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Total War Warhammer mit den Tiermenschen. Sind wir noch zu Gange? Letzte Folge haben wir hier ganz genüsslich mal was angegriffen. Jetzt müssen wir natürlich weiterspielen. Der muss ein bisschen Zorn kriegen, das heißt eigentlich müsste er... Scheiße, ich komme da nicht dran an dem. Ich brauche den Hund. Ach, da kommt noch mehr. Ah, schick. Maul. Problem ist nur, ich komme irgendwie an den... An den Bescheuern noch nicht dran. Aber ich könnte doch blündern, dann kriege ich auch bestialischen Zorn. So. So, du gehst mal hier lang. Du gehst mal da gucken. Dann sind ja noch kleine Armeen. Und das Problem ist halt, ich muss auch Einheiten jetzt langsam mehr kriegen. Oder mehr besorgen. Dann müsste ich aber gewinnen. Oh, scheiße. Das ist schlecht. Rufe die Überlebenden zurück. Gewinnt wieder an Stärke. Das ist schlecht. Hm. Warum sind die stärker als ich? Oh. Soll ich wahr? Ja, 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 halt die Schnauze. Ähm. Verstärkung. Vollständig. Scheiße. Der eine, der ist... Warte mal. Welcher war der? Der dauert jetzt wieder. Da brauche ich aber zwei Dinge für. Das ist der blöde immer. Hier, Bevölkerungsüberschuss. Das ist natürlich ein bisschen doof. Gelaufen jetzt. Ich muss mehr Einheiten haben. Das geht nicht anders. Da muss man die versteckte Stellung. Ich brauche mehr Einheiten. So, mal ein paar Nahkämpfer noch. Mehr Verstärkung. Ja, weil du verloren hast. So, egal. Ich kann dir jetzt nichts dran ändern. Das schön ist, dass man sich hier mit denen verstecken kann. Das ist gar nicht mehr so schlecht eigentlich. Ja, ist korrekt. Können wir jetzt die Ungorherde machen. Hier die Grumhütte. Können wir die nächste Stufe von hinten. Ähm, Dingens bauen. T2-Anken-Nahkämpfer. Was auf jeden Fall sinnvoller ist, glaube ich, jetzt. Ähm. Deswegen werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch zwei Fernkämpfer holen. Genau. Das kann ich mir noch nicht holen. Ja, und das habe ich ja schon. Okay. Das Problem ist, ich muss gleich eine Schlacht gewinnen. Ja, ja. Wenn ich müsste einen von den Einzelnen kriegen, dann wäre das kein Problem. Ja, obwohl ich müsste eigentlich gleich... Müsste ich eigentlich locker so killen können, ey. Kann nicht sein. Scheiße. Verdammt! Einer wurde aufgedeckt. So, jetzt kann ich nämlich die hier mitkultieren. Die T2 schon. Einmal mit Schilde. So, die will ich auf jeden Fall haben. Weil die sind gut. Die haben... 29er Angriffsstärke. Die nur zwei... Äh... Die haben 26. Lustigerweise. Aber die haben auch ein Schild. Die nicht. Und sind Schleicher. Ja. Der Goros wurde gefunden, ja. Ich muss aber erst... Ich muss erst eine fette Armee haben. So langsam. Ja, wenn der sich jetzt verzieht, dann ist die Siedlung gleich wieder weg. Ja. Selbst schuld. Der braucht nämlich sowieso... Braucht der, ähm... Stationiert eure Krieger auf Pässen, um deren Nutzung zu kontrollieren und studiert die feindlichen Stellungen, um eure Angriffe abzustimmen. So. Was kriege ich denn gerade? Minus... Eins. Okay. Ja, leider kann ich jetzt gerade nicht mehr, aber das ist nicht so schlimm. Die Stadt müsste ich trotzdem kriegen. Ja, jetzt kommt der Widder. Was ist denn dein Problem, Junge? Ja, gut, ich kriege sie trotzdem. Eure Anhängerschaften, unser Fürst. Lasst doch... Grün heute. Eine barbarische Rasse wilder Mörder. In ihren Hirnen ist nur... Will ich mich verarschen? Die stehen ja schon die ganze Zeit da. Oh Mann. Du greifst den bitte an. Und belagerst den. So. Der hat einen Fähigkeitspunkt. Dann... Mach mal den. Ja, ja. Willst du mich jetzt verarschen? Boah. In solch unsicheren Zeiten könnte eine strategische Übersicht helfen, Herr. Alter, viel können die aber nicht, muss ich sagen. Geh mal hierhin, bitte. Ja, ja. Das ist ja blöde an Horden. Horden ist echt schwer. Ja, toll. Toll. Da noch ein Waag, super. Boah, hör mal die versteckte Stellung jetzt. Ähm. Ja, du musst erst mal operieren. Ich brauche unbedingt den Dingenswitter. Wo ist er? Kann ich den rekrutieren? Ja. Ja, stimmt. Bei Horden, die dürfen nicht in der Nähe sein. Will ich weiß. Oder? Ne, das ist bei denen sogar egal, glaube ich. Ähm. Der hat noch Stufe 1, klar. Ich kann jetzt aber auch gerade noch nicht... Achso, ich habe noch einen Fähigkeitspunkt. Dann machst du natürlich den hier. So, und jetzt müssen wir nochmal schauen. Dass wir jetzt auf jeden Fall... ...ein bisschen was... ...an Einheiten kriegen. Auf jeden Fall duzt die zwei. So, du. Hm. Würde ich sagen, kriegst du noch die. Von den zwei. Boah, wir müssen die scheiß Stadt da oben kriegen. Das geht doch gar nicht. Und jetzt haben wir mit den anderen Ochsen auch noch Krieg, ey. Genau, mit den Spacken. Puh. Umteilt mir ja genau. Aber das ist gut. Dann nehmen wir mal. Warum nicht? Cool. Wir haben sechs Fernkämpfer, ne? Wir nehmen uns noch von denen zwei. Luke ist auch noch Fernkämpfer. Ich kann mir noch forschen. Ähm. Hm. Das ist schön. So. Ja, ja. Ja, ja. So, dann bin ich mal gespannt. Malagor wurde aufgedeckt. Toll. Toll. So, sechs. So, du bleibst erst mal so, würde ich sagen. Oder? Oh, komm, drauf geschissen. Das ist Fullstack-Armee. Und dann gehe ich gleich erstmal nach rechts hier. Mit den beiden. Muss, ich muss, ich muss, ich muss jetzt erstmal irgendwas bekämpfen hier. Ja, die Zahns hier erobern natürlich die Scheiße da oben. Ne, da ist Chaos. Chaos-Rebellen. Hehehe. Cool. So, pass mal auf. Wir gehen mal da rüber. Beide. So. Und dann gehen wir uns gleich mal die hier angreifen. Agruelmigdal. Können wir jetzt angreifen. Glaub ich das nicht? Guten Tag. Kumpel. Und auf Wiedersehen, Kumpel. So, geht doch. Mein Gott, ey. So, weg mit dir. So. Geht doch. Warum hast du jetzt bestialischen Zorn so niedrig, du? Du hast doch gerade gekämpft, willst du mich verarschen? Zinnungszerstörung. Kampf gewonnen. Plus zwölf. Achso. Kriege ich gleich. Ah. Okay, ich habe nichts gesagt. Ähm. Ja. Du. Lass mal plündern. Und du gottierst mal davon zwei. Und wir haben noch Garaus Herzspalter hat natürlich mal wieder ein. Oh, Einkommen durch Überfälle. Unter minus drei Prozent. Das ist gut. So. Freunde der Sonne. Ich freue mich zwar, warum die? Mach mal hier das. So. Ich glaube, der hackt. Du gehst mal da hin. So, du. Das ist immer noch Stinkharrer. Was ist denn los mit dir? So. 18 Runden dauert das, bis wir nächste Dinge zu. So. Minus 480 machen wir nämlich jetzt schon. Da ist nämlich das Problem. Okay. So. Plündert die Grundteam Mingol. Wo sind das? Äh. Mit denen haben wir keinen Krieg da drüben. Mit denen, ja. Und mit denen. Und mit denen. Tja, die Frage ist jetzt natürlich. Du musst ein Lager machen. Damit ich hier ein Ding ins Krieg. Erreicht was? Was schont jetzt gerade? So. Mal ein bisschen niederschlagen wieder hier. Erreicht ihm. Ach so. Aha. Wenn die über 80 erreicht. Ah. Dann kriege ich eine neue Herde. Cool. Ah ja. Gut zu wissen. Also sowas ähnlich wie ein Waag. Dann muss ich die eigentlich nur höher kriegen. Dann kriege ich jetzt die nächste. Mal gucken. Puh. Ach so. Das kann ich nur bis hier. Alles klar. Ich hab's verstanden. Aber ich muss noch ein bisschen warten. Weil die noch im Ding sind. So. Ich brauche noch ein paar Nahkämpfe. Ich hab's verstanden. Du mich auch. Wenn sobald ihm grün ist, kann man das wohl nicht mehr. Alles klar. Okay. So. Du kriegst das. Ja. Leider hab ich nur die Scheiße einer noch. Mit dem. Ist jetzt nicht so tragisch. Aber trotzdem nicht so geil. Aber du wirst gleich da angreifen. Oder du wirst die angreifen. Hm. Wie war das? Okay. Dann gehen wir mal da hin. So. Guck mal, was sich traut. Die Frage ist. Sieht der einen jetzt? Das ist. Ja. Du feige Stück. Der kommt doch eher. Mann. Ich komme doch nicht hin. Verdammt. Selbst mit dem nicht. Ich bin dabei. Immer geschmeidig bleiben. Aber dann. Da steht der Fullstick an mir. Ja. Oh. Oh. Scheiße. Ich kann keinen Handel machen. Warum mach ich nicht? Nicht möglich. Ja, klar. Weil ich keine Stadt hab. Tja. Ist halt so. Ich muss. Ich will den erwischen. Weil ich gehe die verkackte Stadt angreifen. Ihr seid zusammen. Boah. Wart für Säcke. Sabotage, mein Fürst. Eine feindliche Macht hat eine. Die Schatzkammer ist leer. Ihr seid bankrott. Naja. Unternehmt alle nötigen Schritte, um euer Einkommen zu sichern. Sonst büßt ihr Macht und Einkommen. Ja. Ein Waag, mein Herr. Diese grünen Häuten. Ja. Danke. Was mir doch gerade an Waag ist. Soll er da kommen? Ja. Soll er ja kommen? Ich glaube nicht, dass der kann nicht mit beiden angreifen. Gleichzeitig. Also er nicht. Und ich meine, der Waag kann oder auch nicht? Weil der Waag läuft hinterher. Wollte ich mir nicht sagen. Nee. Ja, ja. Das Chaos regt sich. Und tschüss. Boah, wow. Wow. Ich glaube, da ist viel Geld. Ich glaube nicht. Schade. Du gehst mal da hoch. Achso, ja. Boah, ich muss unbedingt mehr... Irgendwie hier... An Geld kommen. Ich muss an Geld kommen. An Gunst, um genau zu sein. Ja, Galt wie Dorn. Hä? Willst du mich verarschen? Das verliere ich. Krass. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Tja. Das ist kacke, wenn du Stufe 1 Dinge hast. Das ist richtig kacke. Das ist beim Chaos auch so. Ja, du mich auf. So, dich hole ich mir jetzt. Du, Kenner. Nee. Doch. Komm her, du. Schmuck. Willst du mich verkohlen? Wir würden mich verarschen? Geil. Zweite Folge. Wir können neu anfangen. Haha. Geil. Oh Mann. Okay. Das ist... Ah. Dann muss ich ein bisschen anders angehen. Alles klar. Okay. Das müssen wir ein bisschen anders angehen. Das müssen wir ein bisschen anders angehen. Ja, das Video brauchen wir uns immer angucken. Okay. Zweite Folge und direkt schon aufs Maul gekriegt. Alles klar. Das ist, wie gesagt, das ist das Problem an Horde. Wenn du Horden... Mit Horden spielst. Wenn du tot bist, bist du tot. Ja, komm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Du bist Katzrak. Du bist der Einäugige. Alles klar. Du kannst nur die holen. Du holst schon mal zwei von denen. Du... Du... Baust mal aus, oder? Hm. Ja, du baust auch mal aus. Du auch? So, wir forschen direkt mal hier... Das. Du kriegst... Erstmal keine. Du bist... Erstmal nur Mitläufer. Ich werde den... Wo bin ich denn jetzt? Warum bin ich denn? Das ist ein Breton hier oben. Okay. Alles klar. Ne, ist nicht Breton hier. Wie heißt es denn? Estalia. Okay, ich bin nicht bei den Oax. Warum auch immer. Aber gut. Mir soll es ja recht sein. Ähm. Hier geht mal darunter. Ich brauche Geld. Ich brauche Kohle. Kohle, 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 Kohle. Das Blöde ist halt, dass man... Du kommst sowieso noch nicht voll hoch. Das kannst du mal ganz dezent abhaken. Ja, du kannst auch alleine angreifen. Und 1000. Immerhin 1000. Das ist also nichts. Nichts. Gut. Dann bleibst du mal hier im Lager. Gut. Dann würde ich aber sagen, die Folge beende ich dann erst mal wieder. Gut. Wir mussten jetzt nur anfangen. Aber es ist ja nicht ganz so tragisch. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, da lasst ein Abo, da lasst ein Kommentar. Da ansonsten wieder einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Wie auch immer. Bis zur nächsten Folge. Zu Total War Warhammer. Tschüssingen. 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 Ja.